Jesus Christus ist mein Herr, Halleluja. Er liebt mich sehr, er liebt mich sehr, Halleluja. Jesus Christus ist mein Herr, Halleluja. Er liebt mich sehr, er liebt mich sehr, Halleluja. Er liebt mich sehr, er liebt mich sehr, Halleluja. Thank you, Halleluja. Dankeschön, Halleluja. Warum sagt er Halleluja? Weil Gott euch liebt. Liebt ihr Gott? Wie sehr liebst du ihn? Wie sehr liebst du ihn? So when you love somebody, you will love that person, not only hugging but with a loud voice. Wenn du jemanden liebst, dann nicht nur in einer Umarmung, sondern du drückst es auch laut aus. Oh, I love you! Ich liebe dich! Halleluja! 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 That's Halleluja! The very word meaning of Halleluja is... Halleluja! 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 Die Bedeutung des Wortes Halleluja ist Hallel, Yahweh, Hallel, Yahweh. Und aber nicht nur zu unseren Gunsten, nicht nur für uns, sondern auch dazu, dass wir Zeugnisse dafür ablegen, so wie dieser junge Herr das vorher gemacht hat. Und diese Zeugnisse, according to the Bible itself, is to confirm that the word proclaimed is the word of Christ. Is to mark, it is a sign, that what proclamation we did is the good news. That is Mark Markos Evangelium, Chapter 16, Word 20. Also in Markus 16, Chapter 16, Word 20 says, they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. Sie aber zogen aus und predigten überall, der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Das ist ganz besonders mit dem Wort Christi, das Wort des Neuen Testamentes, das Wort des Neuen Testamentes, das Wort Jesu. Das Wort Jesu ist Jesu selbst. Do you realize it? How can word is Jesus? Das ist hier die Frage. In the Gospel of John, begins with first word says, in the beginning was the word, word was with God, word was God. Schon das Johannes Evangelium beginnt mit diesen Worten. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. So, now when Father Xavier Kahn was proclaiming only one word throughout one hour, Halleluja. Wir haben jetzt gehört von Vater Kahn, wer eine Stunde über ein Wort geredet hat. Über das Wort Halleluja. But that word is God himself. Aber dieses eine Wort ist Gott selbst. So, when we hear the word, when we proclaim the word, that word penetrates into our mind, our soul, our body. Wenn wir das Wort Gottes hören, dann dringt es ein in uns. Es dringt ein in unseren Leib, in unsere Seele, in unseren Geist. Use this. That return. Okay. Yes. No, no, no. Yeah. Thanks. You know, if I speak a scientific subject, it will not go into our soul. It may go only to our mind. It may go only to our mind. It may go only to our mind. But word of God is ganz andere. Word of God is different. Das Wort Gottes ist anders. Es ist unterschiedlich von anderen Worten. Do you recognize it? In Hebräer 4.12 steht, The word of God is living and active. Lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Lebendig. Es ist lebendig. Es lebt. Living. Es lebt. How can you think about the word of God is living? Wie kann man sich das vorstellen? Das Wort Gottes lebt? Now imagine, suppose my hand is paralyzed. So I walk like this. There is no living. My hand is not living. There is no living in her. But then in one of the healing prayers, I want holiness. Now it is dynamical. She is living. So the word of God has such a power. It is living. And it is the word of God. So the living power is from God. It is power of God. Not a human power. It is the power of the word of God. It is from God and God himself. Die Kraft des Wortes Gottes kommt von Gott. Und es ist Gott selbst. And that power can penetrate into you like a double-edged sword. Und diese Kraft dringt in uns ein wie ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidiges Schwert. Es dringt ein in den Geist. Es penetrates in die Seele. Es penetrates in die Geins und Mörder. Und in Gelenk und Mark. Where is the marrow? Wo ist das Mark? Marrow is inside the bone. Das Mark ist im Knochen. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? The word of God is like an X-ray penetrating inside into your bone. Also das Wort Gottes ist wie Röntgenstrahlen. Das dringt ein bis hinein durch die Knochen. If it is going to marrow means naturally it is penetrating through the bones. Also wenn es bis zum Mark durchdringt, dann muss es ja durch den Knochen. Jetzt wisst ihr jetzt, warum Heilung stattfindet, wenn das Wort Gottes verkündet wird? Jesus hat das Wort verkündet und alle, die es gehört haben, wurden geheilt. Warum? Aus welchem Grund? First thing is, the word is God himself. And that word has power, living power. Und das Wort hat Kraft, eine lebendige Kraft. Life of God. Es hat das Leben Gottes. Life of God transmits into our heart, our body, our soul, in the word. Das Leben Gottes wird übermittelt, transformt in uns hinein, in unser Leben. It's like a powerful, like a fire, like a penetrating force. Es ist, es ist eine Kraft, eine Macht, ein Feuer, die uns, die über uns einbricht. That's why Jesus said, my word is like, my word is like fire and like a hammer, shattering the rock. My word is like a fire and hammer. Yes, what is a hammer? What is a hammer? A hammer to break something strong. It is a loving breaking. Es ist ein liebevoller Bruch. If your heart is very hard, God wants to make it, to break it. He used the word of God. Dann braucht Gott einen Hammer, um es zu brechen. So the word of God is like a hammer. Dieses Wort, sein Wort, ist wie der Hammer. It is for our good. Es ist zu unserem Besten. So, when Jesus was proclaiming the word, als Jesus das Wort verkündet hat, wir kommen zu Matthäus 8, chapter 8, 16, Im Vers 16 steht da, It was evening. It is like an evening like this. Es war Abend. Das ist sehr schön, wie jetzt auch heute bei uns. They brought to him many who were possessed by demons and he drew out the spirit by a word and cured all sick by a word. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Healte alle Kranken. Say everybody louder, bitte. Bitte wiederholt das alle zusammen. Er heilte alle Kranken. Mit einem Wort. Mit seinem Wort. Mit einem. Er verkündete das Wort und Heilung fand statt. Warum findet hier Heilung statt? Und warum hören wir so viele Worte Gottes und es findet keine Heilung statt? In this chapter 8, it's very interesting chapter, chapter 8. Naturally it is after 7. Chapter 8 is after chapter 7. Natürlich, es kommt nach dem Kapitel 8, 7, eh klar. Why it is 7? Warum 7? Chapter 5, chapter 5, 6, 7 is the Sermon on Mount. But in these three capitals, there is no healing scene. Only word of God proclaiming powerful, powerful. In diesen drei Kapiteln findet keine Heilung statt, sondern nur die Verkündigung des Wortes Gottes. Aber diese umso machtvoller. Und dann im Kapitel 8, 9, 10, full of healing. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich dort dabei war, war wahrscheinlich kein großer Berg. Kein großer Berg. Also in Jerusalem gibt es keine großen Berge. Klein, a little higher place. I could imagine the people nearby villages, the valley of this bounden people, were hearing the word. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute herum aus den umliegenden Dörfern dieses Wort gehört haben. And the first healing in chapter 8 happens to a terrible person who was suffering with a leper crack. Und die erste Heilung, die nach dieser Bergpredigt stattfand, war wirklich eine ganz wundervolle Heilung, die an einem Leberkranken stattfand. So it says, when Jesus came down from the mountain, great crowds followed him and then a leper approached and did him homage and said to him, if you wish, you can make me clean. Do you know at that time, I hope all of us know, even this time, nobody will touch a leper. Also ich denke, wir wissen alle, dass auch heutzutage niemand einen Leberkranken berührt. A leper at that time was a terrible situation, rejected by his own family. Also ein leperkranke damals, ein leperkranke damals, hatte wirklich eine Ausnahme, also eine ganz furchtbare Situation. Er wurde abgelehnt von Familie and from his church, from the church, from the society and from the society. So according to the Old Testament rules, if anybody found some sort of a mark which is doubtful, he must go to the priest and get it verified. And the priest will see that person and he will recognize and then if it is leprosy, he will say now you are out, you cannot come in these premises. Sorry, it is if you come, others will be afflicted. And now he goes out, then the public say oh sorry, you cannot be among us, then the whole public will be afflicted. By the time the mark of the leprosy become more stronger, his beloved wife and children will say, Papa, if you stay with us, we also will die with leprosy. Therefore, please go out. and such terrible disease was leprosy. and so these were kept in a forest in a camp where nobody should go and meet them. They are forbidden to meet anybody. and so these leprosy but now when Jesus was coming down from the mountain a leper is coming how he came. how he came. Jesus was proclaiming blessed are you and the leprosy and the leprosy heard his voice in his knees and his body the god's life is entering into him. blessed are you come to me all you are heavy laden come to me come to me this leper immediately got up he told other people see, do you hear the voice? his voice is divine my heart is having a hope I feel hope I will go to him so his people say no, no, no you are not supposed to go you are a leper you are forbidden to go no, I will call see, he is again saying blessed are you come to me all you are heavy laden he began to walk and they said no don't go there they will store you they will kill you it is no problem it is better to die like that other than dying here anyway I have no hope I will die with the leper and I will die with the leper and if they stone me let me die like that but I will go to Jesus I will go to Jesus I will go to Jesus resisting all this thing he moved and he moved and he what a courage what a courage he could come in front of Jesus he said oh lord if you wish you can make me clean what a faith is it possible a leper be healed but he believed because he believed this man his voice he transmitted God's power he felt that power he stood up he walked you know yesterday when I said somebody has this pain come up nobody came again I said nobody came that is a process there were many people with back pain but nobody had the courage to get up will I be healed oh no 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 if I'm not healed I have to come back shame okay then I don't go I sit here oh it may be somebody else but then when third time I say somebody is healed from the back pain shut up shut up now somebody got up at that very moment healing begins why is she got up she believed Jesus heals hallelujah 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 this power of Jesus transmits through the word and word of God the faith the hope that is the purpose of listening to the word of God and this man this leper came very near all the people might have felt his dirty smell and they went away a leper is coming go away and the people um him have been a leper and they said it stinks there comes a leper and he goes away but Jesus loved him that is Jesus all dirt and smell is nothing for him if you are a terribly sick person this love is more for you and if you are a terribly sick person the love is more for you umso lieber hat er dich if you have a secret sickness which you cannot say to anybody then he loves you more and when you have a verborgen Krankheit from which no one knows then he loves you more and when Jesus saw him he was moved with compassion and when Jesus this man he was moved with compassion yes his heart moved for him he left the group and moved forward and this leper said lord if you wish you can make me clean he stretched out his hand touched him and said i will do it be made clean three eight three jesus streckte seine hand aus berührte ihn und sagte ich will es werde rein and at that very moment his leprosy was cleansed im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein i like this word Augenblick ich liebe dieses Wort Augenblick in that very im gleichen Augenblick in englisch it says immediately immediately yes auf englisch heißt es nur plötzlich yes but what a beautiful in that Augenblick at the blink of the eye his whole leprosy disappeared can you believe this you must see this animation film that is the first episode in this i have written the script for this that's why i am explaining like i am a dramatized explanation comes i have dramatized this i am not only writing this i am not only writing this i am not only writing this to my art workers i act and demonstrate the whole thing then they visualise it and they do like that also wenn ich diese Filme mache dann schreibe ich das nicht einfach nur nieder sondern ich zeige ihnen dass wir das sein muss und ich stelle das dar and i say in that very Augenblick and i say in that very in dem Augenblick do you imagine a leper with all the dirty wounds suddenly become clean stellt euch einmal das vor ein leperkranker mit seinen wunden mit den ganzen wunden überall wird im Augenblick rein do you believe this glaubst du das do you believe this glaubst du das hallelujah hallelujah so today we are going to pray with the same way today jesus is now here and all the priests and their hands are like jesus he say be healed i touch you and you will be healed heute wollen wir genau so beten jesus ist hier dieser jesus ist hier und wir wollen wir wollen alle auf diese art beten die priester sind hier sie sind stellvertretter jesus ein anderer jesus hier ist der auferstandene herr in der eucharistie und wie der leperkranke are you lepers habt ihr lepers sorry sorry to say that do you have some type of a some type of a leprosy habt ihr eine art leper do you have some type of a sickness which no medicine in the world can heal habt ihr eine krankheit do you recognize it that is the meaning of this healing it is the meaning of god's salvation to the humanity who cannot come out from his mortal sins or sicknesses das ist die bedeutung das auch wir der mensch in seiner todessünde in der todessünde nicht heraus kann von alleine aus seinen fehlern und der herr kommt und bringt teil in one touch in one word he can heal mit einer berührung mit einem wort heilt er immediately after this we see a centurion is coming and telling my servant is going to die oh lord help und gleich danach also steht dann wie ein soldat kommt und sagt mein diener ist krank herr komm und heile ihn he is a he is a he is not a jew he is a he is a gentile he is a pagan jesus is not supposed to go to his house er ist ein heide er ist kein jude und jesus darf eigentlich sein haus nicht betreten but jesus said i will come to your house and heal jesus sagt aber ok ich komme zu dir und ich werde ihn heilen und die anderen um ihn sagen was was für ein skandal er ist ja gar kein jude wie kannst du zu seinem haus gehen und auch er selbst sagt na du ich bin gar nicht würdig dass du kommst unter mein dach you say one word sag nur ein wort was für ein glaube you say one word from here there my servant will be healed sag nur ein wort hier und jetzt und dann wird dort mein diener gesund und hearing this jesus is amazed dann he proklamm look what a fate such a fate even in israel we don't have und diese reaktion erstaunt jesus und er sagt zu denen rund um ihn seht was für ein glaube what about you was ist jetzt mit euch mit dir do you believe this and this prayer of a gentile is the prayer which every church 400 500.000 altars in the catholic church every day we pray und dieses gebet des heiden betet wird in jeder kirche an jedem altar bei der messe gebetet 500.000 altars the whole christian community pray die ganze christliche gemeinschaft betet lord i am not worthy to receive under my roof say one word herr ich bin nicht würdig dass du eingehst unter mein dach aber sprich nur ein wort so wird meine seele gesund let us believe wir wollen das glauben wir wollen aufstehen wir wollen aufstehen danken Gott danken und wir wollen glauben heute jesus kommt und berührt dich und wenn er dich berührt dringt seine kraft in dich ein und heilt dich all healing ist nicht nur für unser Körper sondern um dich zu verwandeln in eine neue Person dieser leberkranke er wurde eine neue person und jesus sagt zu ihm geh nicht und sprich nicht darüber aber er kann den mund nicht halten und er verbreitet die nach er kann nicht schweigen er kann einfach den mund nicht halten das ist evangelisation wenn du evangelisieren willst musst du jesus erfahren und wenn du diese erfahrung einmal machst dann wirst auch du nicht schweigen können und heute egal was dein Problem ist egal was dein Problem ist komm zu jesus so wie dieser leberkranke der die stimme jesus hörte genauso komm komm her ihr seid ja schon mal da und der herr freut sich über dich und er wird dich segnen but remember you don't limit your desire only for a bodily healing you have a desire to make you a completely new person aber denke daran er bitte nicht zu wenig nicht nur körperlich sondern er bitte viel mehr eine eine rundum erneuerung come on let us sing let us sing wir wollen singen